Ja, hier ist mal wieder die Axt. Wir spielen The Forest Version 0.06. Ja, ihr könnt's vielleicht leise im Hintergrund hören. Hier spielt auch schon die bedrohliche Musik. Wir befinden uns im Bereich des Gänse-Sees. Ja. Ich dachte mir, wir gucken uns das mal an. Irgendwo sollen hier Höhlen versteckt sein. Ich weiß nicht, ob das hier direkt am Gänse-See sein wird oder um den Gänse-See herum. Ich bin ausgerüstet, um ein bisschen was zu futtern mit. Das sind die Gänse. Ja, könnt ihr hier die Gänse sehen? Da sind sie. Ja, war wunderbar, hätte ich gesagt. Schön anzugucken. Jetzt gucken wir auch noch hier oben. Sieht wohl wie die erste Höhle hier aus. Oh, da haben wir auch die oranischen Zelte. Ne? Da gucken wir uns mal an, wie das Ding in sie aussieht. Ja, wunderbar. Ja, ne. Händen wieder raus ist auch nichts. Ja, wir wollen jetzt hier keinen aufscheuchen. Oh, das werden wir hier klassisch anstellen. Oh, ja, direkt rein. So, zappen, duster und auch direkt mal gleich wieder ein bisschen Licht. Neues Höhlen-System. Bin gespannt, was hier auf uns zukommen wird. Wo eher mich. Ich kenne das Teil noch gar nicht. Ich dachte mir, ich gucke mal rein mit euch, ne. So. Ja, wir haben ein paar Schaltkreise haben wir hier eingepackt mit ein bisschen Alkohol. Ich denke, der eine oder andere Stoff müsste auch irgendwo. Ja, was jetzt? Ja. Wo bin ich denn hier? Ja, das sieht wohl aus, als müsste ich hier irgendwo rüber. Das ist auch ein bisschen tricky und vor allem, sag ich mal. Oh. Ja. So sieht's aus, es ist wieder ein bisschen buggy, ja. Wer hier Angst vor Dunkelheit und, äh, sag ich mal, Wasser hat, wird hier ein bisschen Probleme haben, vorhin durchzukommen. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Man kann's nicht sehen, ja. Vielleicht auch nicht ganz so gut hören, aber tatsächlich schlattern mir ja auch hier die Knie. Ich weiß nicht. Ja, nee. Ja, wana war. Ging es hier runter, ging es hier rauf. Ich habe hier keinen plassen Schimmer, wo die Reise hingeht. Aber ich denke mir... Ich denke mir... Ich denke mir gar nichts mehr. So, ich denke mal ich bin jetzt wieder hier... Wo ich rein gekommen bin... Ja doch, oder? Nee. Ja... Amazon-Packungen... Was haben wir hier? Feuer Mail Express. Ja wunderbar. Nee, wo bin ich denn hier gelandet? So sieht das aus, ne? Aha... Ja... 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 Wir gucken uns... Ja... Das neue Stammesweibchen... Von oben bis unten Blut verschmiert... Ja... Man kann die Visage schwierig erkennen... Ja... Ich werde hier direkt mal verprügelt... Komm du... Ja... Ja... Ich sag mal tschüss... Ja... Divo auch, ne? Ja... Gucken wir uns hier die neuen Container auch dazu mal an... Oh man... Hier pennt einer im Stehen oder was? Ja... Du bist wenigstens einer den ich schon kennen muss... Das ist erfreulich... So... Machen wir auch mal das Licht aus... Knallgrüner Container... Ja... Ja... Von innen sieht das Ganze wohl ein bisschen dreckig aus... Ah... Hier muss ja abgegangen sein... Ja... 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 Gesoffen ist hier auch mal kräftig geworden... Ja... Schachtel Party... Ja... Handle carefully haben wir hier wohl nicht drauf, ne? Ja... 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 Wir sind hier irgendwo angekommen... Finde... Finde ich... Finde ich an und für sich ganz nett... Äh... Äh... Ja... Oh... Ich weiß wieder wo wir sind... Ja... Das... Das... Das nett... Das ist ne nette neue Höhle... Ich denk mal das in Ordnung... Hm... Ja... Höhlen System beim Gänsesee... Check mit DJ Axt... Und ich sag mal wieder... Tschüss Leute...